Hey Leute, heute prügeln wir uns ein bisschen mit Hugo Collin und Rieft, erkunden die Gesetze der Physik und stellen unsere Tanzkünste unter Beweis. Außerdem kommen wir uns so nah wie noch nie und erleben sinnlichen Körperkontakt. Leider auch mit Hugo. Ciao. Warum N.I. Oh Gott. Oh, guck mal. FBI Open Up. FBI Open Up. Sie müssen da haben, selbst zu nehmen. Was muss ich machen? Mehrtaste. Mehrtaste an. Mehrtaste an, Hugo. Hä? Ich mach mal, ich mach mal. Es ist viel schauen jetzt einfach. Let's go. Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Ja, ich bin gerade schnell da rum. Ich tanze einfach. Aha. Aha. Ich glaube, FBI. Ich bin nicht ohne Grund und das. Nicht. Was machst du denn da, Hugo? Willst du mich mitgenommen werden? Wie komme ich hier raus? Wie komme ich aus der Combo raus? Aus der Combo? Wie komme ich irgendwie rauszukommen? Oh, oh. Wie? What the fuck? Und, Wunder. Oh, ich bin auch unten. Nein, und wie komme ich jetzt raus? Danke. Junge, what the fuck passiert? Falle. Ich fahre. Ich fahre super weit. Ja, du tust sie jetzt schon. Ha lelele. Ey, gibt's hier überhaupt nen Ausgang? Ey, hier ist das... Ah, musst du erst kapotten machen. Ich schaff's nicht, meine Fuku ohne 2, obwohl er auf Gas ist. Ich kann halt nicht mal was machen. Oh! Wuuu! Oh nein! Nein, ich freu! Ich rette dich. Kostüme ist ebel cute. Oh nein, nein, Stegi, 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 Stegi! Oh, wie ich mich da unten zerrinne. Alter. Leute, hallo! Oh, ich... Das ist ein richtiger Tryhard hier. Junge, weg mir! Oh nein! Ich will da rüber! Oh, Stegi, Stegi! Fuku gewinnt da hinten. Tschüss! Oh mein Gott, Fuku! Fuku, Mann! Jawoll! Kranker Fuku, wohin. Ich nehme dich jetzt und werfe dich in den Abgrund. Du bist seit Jahren ausgestorben. Du solltest hier nicht sein. Okay, dann auf mich. Ciao! Zurück! Komm zurück! Meine Handschuhe passen zu deinem Körper, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe nicht, was du... Hallo, ich bin auch da. Nee! Nee! Ja! Ja! Nein! Ja! 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 Jetzt raste ich komplett aus. Ach so, Punkt! Nein, nein, nein! Nicht ausrasten! Ich hasse einfach Fenster, Alter, alles kaputt. Was macht ihr da unten? Nein! Ich war zu Conning, runter auf die untere Ebene. Weißt du, weil ich so heiß bin? Ja. What? Also, hä? Ich bin's. Geht dir der Boden irgendwann auf? Ja. Oh Gott. Junge, nein. Aber es geht jetzt, Hugo, es geht jetzt. Ich nehm dich mit, ne? Oh mein Gott. Gott, ihr schafft das schon. Ich hebe dich fest. Oh, hier ist meine Hand. Oh mein Gott. Ich habe überlebt. Oh mein Gott. Oh Gott. Komm ich raus. Nein, 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 nein. Ja, okay. Sorry, das ist ja. Hä, Toni, was ist da mit dir? Das tut mir wirklich gut. Alter. Ui. Das war Next Level hochklettern einfach. Einfach Restreiber benutzt. Alter, das ist tatsächlich. Was passiert genau, wenn ich M drücke? Hugo? Du legst dich halt so hin, ne? Hugo, bitte. Hahahaha. 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 Es kommt bei mir 187 und ich kann mich mal skippen. Wahrscheinlich muss ich mich deswegen kurz umbringen. 187. Millionär. Millionär. Jetzt gucken wir, ich schreibe mich am Geländer fest. Ich muss dir kurz was ins Ohr aufblüstern. Was machen die da hinten? Ich check's echt nicht, keine Ahnung. Ich halte halt meine Hand. Ich hab Angst. Wie viel Uhr ist oder was? Ist das eine Rolex? Hey, 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 hey. Das geht, Antitüde. Lass mich dich umarmen. Ich halte mich immer so. Nein! Weißt du, was richtig schön ist? Ja. Da unten. Ich hab mich die ganze Zeit fest, da kann mir nichts passieren. Halt, du bist so IG Quash. Nein, Bro. Ich helf dir, ich helf dir. Ich hab dich, ich hab dich. Loll, du hast mich echt? Ich hab dich, ich hab dich! Oh mein Gott, Gott sei Dank. Das war was edelig. Lass mich kurz controls ein bisschen, wie's das hier. Lass mich kurz controls, ey, ich muss kurz neu binden, weil, naja, ich bin jetzt einfach ein neues Setup. Hallo? Hallo, ist da jemand drin? Kann man da runterfallen? Oh ja, kann man, lol, oder? Ja, da kann man rein, also sterben halt. Da kann man rein. So, jetzt warte, bis die Security rauskommt, und dann haust du den eins drüber. Bam. Okay. Und da auch noch. Ich glaub, sie kommen nicht. So hoch. Ach, da drüben sind sie. Okay. Das ist die Furry Security. Fuckin' Roleplay. Boah, halt auf, ey. Guck mal. Hey, ey. Oh mein Gott, ist der Bär. Komm mit, Hugo. Schöne Aussicht hier oben. Wie machst du das? Hugo, komm jetzt mit, Mann. Oh, warte. Hier hinten ist Jenny, Hugo. Hugo, du musst dich jetzt mit Jenny treffen. Können wir so einen F-Klauen? Geht nicht, ne? Hör auf. Hör auf. Hör auf. Okay, jetzt muss ich's runterhauen. Nein. Hör auf. Aber wie kriegen wir das jetzt da durch? Ja, das ist die Frage. Nein, Schreck. Nein, der App in den Chat. F für das App. Einfach ein App für das App. Oh, man. Hey, Freunde. Hallo. Hugo, guck mal. Hey, warum bist du denn auf dich? Ich kriege dir denn den Hugo als Accessoire mit. Komm, kann ich auch mal den Hugo haben, kurz? Hugo, komm, ey. Guck mal. Wie ich dir aufs F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F. Oh. Oh, du guckst einfach sowas an. Hey, Tobi, da unten ist noch ein F, warte, auf, auf. Ich genau. Da unten ist noch ein O, ja. Ganz cool. Komm, mal mit. Du guckst. Soll ich hier im Ohr ziehen. Komm, mal mit. Nein, Tobi, da ist noch ein F. Ich glaube, da ist ein Eis-Tee-Kolle da unten. Oh, komm, mal mit. Hey, wo... Seht ihr ihn nicht? Echt? Hä? Der ganz unten. Warte, lass mal gucken. Inhalt. Warte. Ich schilde mich hier zu dir. Wollt dein Kopf eigentlich nicht gegen das Gelände knallen Ich glaub ich muss nach Hause, tschüss Ehrlich? Tschüss Gun Ey, warum hört drauf? Hört drauf Wow, 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 wow Hi Okay Kann man hier sprinten oder so? Sprinten? Kann man hier sprinten? Ich hab den Download jetzt gestoppt, aber kann man hier sprinten? Kann man hier sprinten? Mit hier Lennox Wie kann man hochgehen? Wie kann man hochgehen? Finisher Oh mein Gott, wie kann man hochgehen? Wie kann man hochgehen? Toni fällt einfach hin Ich bleib jetzt hier Müslungenes Experiment Zum Altmüll Wie ich so runter gucke Hab ich gut gemacht, Feierabend für heute Feierabend für heute Ich bin in der Zeit Helfer müde Oh enfermüde Komm mit Hugo Hugo komm jetzt mit man So ein F Jetzt kommt es runter Hau Oh nein Oh, ich Schnaps War das Schatz? Nein, hör auf Einfach ein F bis F Man Genau Hugo Oh ja Komm mal mit Ich hab da unten, da unten, das kommt noch. Nein, da unten ist ganz, da ganz. Echt? Hä? Da ganz unten. Warte, ich schilde mich hier zu dir. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. What? Oh nein. Hugo, ich bin dein Opa, jetzt lass mich mal in Ruhe. Was hast du geschafft? Ich fack den Stern. Hugo, ich bin dein Baum. Hugo, ich bin dein Baum. Ah, fuck. Ah, Tony, lass mich. Ne, ich nix da oben. Packe deinen Kopf und schiebe ihn woanders hin. Nein, ich bin auf ihm. Nein, nein, nein. Ja, das war's dann mit Hugo, oder? Ja, tschüss Hugo. Hugo. Achso. Ich dachte, ich war Stegi. Egal, Hugo, man. Ohne Stelle, wir müssen kurz warm werden. Das ist normal. Ja, ja. Das war's fresh. Ja, ja. It's stuffed. Und sein Name ist? Lol. Lol? Tee, tee, tee tee, tee.